Auch in Tag 12 der PDC-WM 2023 steckte wieder so einiges drin. Wir haben zum Beispiel das erste Sudden-Death-Flag dieser Weltmeisterschaft erlebt. Die dritte Runde ist kompliziert und wir kennen mit Gavin Price und Johnny Clayton bereits die ersten beiden Fälle-Finalisten. Marvin Pfannenbombe begrüßt euch an Tag 12 zur WM-Ausgabe Nummer 12 von Shortlake, dem Daten.de-Podcast presented by Bulls. Und das heute alles wieder zusammen im Duo mit Kevin Barth. Hallo Kevin. Hallo Marvin. Ein bisschen Erkältung aus London ist noch übrig, aber man tut, was man kann. Das ist doch schön zu hören, dass es dir da wieder besser geht. Ich hoffe, euch allen geht es auch gut, die hier live mit dabei sind bei Twitch zu dieser Uhrzeit. Natürlich wie immer nicht selbstverständlich gerne wieder, wie in den letzten Tagen, einfach im Chat mitbeteiligen. Ihr könnt euch einbringen. Wir werden ein paar Nachrichten natürlich, wie in den letzten Tagen auch, hier mit in die Diskussion reinwerfen. Eure Meinung einfach in den Chat schreiben und dann werden wir da bestimmt wieder ein paar interessante Sachen mit reinnehmen. Ein Dank natürlich auch an alle, die Shortlake im Real Life hören, auf dem Weg zur Arbeit, am vielleicht letzten Arbeitstag des Jahres 2022. Das könnt ihr weiterhin tun auf den ganzen Podcatchern, wie zum Beispiel Spotify, Apple, Google Podcasts, auf Anchor natürlich auch, wie immer, meinsportpodcast.de, Amazon Music oder dem daten.de-YouTube-Channel. Falls ihr Fragen habt zur Sendung oder Anmerkungen, Kritik, alles das gerne in den Chat oder an die Social-Media-Accounts von daten.de. Da sind wir den ganzen Tag für euch da. Ja, Kevin, dann gehen wir mal rein in den Tag 12. Auch wenn es ein Tag ohne deutsche Beteiligung war, war das doch einiges, was uns heute geboten worden ist. Ja, du hast eben schon ein paar Dinge angesprochen. Wir sind mehrfach in den siebten Satz gegangen, insgesamt viermal und Sudden-Death-Lag war dabei. Sehr, sehr interessante Partien, ganz unterschiedliche Partien, auch ein, zwei, wo man dann im Nachhinein vielleicht sagen kann, ähm, die waren vielleicht eher langweiliger, äh, aber vielleicht braucht man das nach gewissen Partien dann auch mal zum Durchschnaufen. Ja, also ich rechne gerade mal so ein bisschen durch. Dreimal Sudden-Death-Lag in der Nachmittags-Session und dann haben wir keine Pause mehr wahrscheinlich. Das, das könnte sehr, sehr eng werden. Es ging heute, glaube ich, so bis sechs Uhr. So ein bisschen Zeit war da noch zwischen den zwei Sessions drin. Zwei Stunden, so wie immer, ne? Ja, das ist, ein bisschen hätten sie noch, also, äh, der, der, der siebte Satz im letzten Spiel war dann ein bisschen zu schnell zu Ende, ne? Aber es ist nicht immer, äh, Weihnachten und Ostern an einem Tag. Das, man kann ja nicht alles haben. Das ist komplett richtig, aber wir hatten wirklich einiges und darauf wollen wir jetzt genauer eingehen. Wir starten rein in den Nachmittag und da gab's direkt zu Beginn. Das erste Sudden-Death-Lag dieser Weltmeisterschaft zwischen Dirk van Dijvenbode und Ross Smith. Am Ende gewinnt es Dirk van Dijvenbode. Gehen die Darts, muss man sagen. Ja, führen uns erstmal hin so ein bisschen von diesem Spiel, wie es überhaupt zum Sudden-Death-Lag gekommen ist, Kevin. Da muss ja vorher einiges passieren, sodass sowas überhaupt möglich ist. Wie, wie hast du den Spielverlauf bis dahin erstmal, vor allem in der Anfangsphase wahrgenommen? Ja, ich fand's in der Anfangsphase total wild, total zerfahren, ehrlich gesagt. Also natürlich hatten wir da am Ende 31, 180er, die die beiden auf sich da verteilt haben. Aber wenn wir da auf den Average auch gucken, 93 und 96, dann wissen wir schon auch, dass das nicht nur dartfest und nur tolle Momente gewesen sind. Also gerade in der Anfangsphase, das Match ist dann am Schluss besser geworden. Gerade der siebte Satz war der beste Satz des ganzen Spiels, möchte ich sagen. Ross Smith liegt zwischenzeitlich zwar 1 zu 2 in den Sets zurück, hat aber auch in den Sätzen, die er verliert, seine Chancen auf die Doppel, die er sträflich vernachlässigt. Überhaupt die verpassten Doppel für Smith waren, denke ich, das Thema überhaupt in diesem Spiel. Böse Menschen könnten vielleicht sagen, das hat nicht Van Dervenpote gewonnen, sondern Smith hat es verloren. Der geht dann 3 zu 2 in Führung, macht das verdient, wobei Dirk auch eine Chance hat, um selber 3 zu 2 in Führung zu gehen. Und dann kriegt Smith den ersten Matchstart, um das ganze 4 zu 2 zu gewinnen. Nutzt das nicht. Dirk hat in meinen Augen auch ein wichtiges 98er-Finish überhaupt auch zu Beginn des sechsten Satzes gespielt, um den 3 zu 3 Ausgleich erst mal möglich zu machen. Ja, und dann sind wir im siebten Satz angekommen, wo dann Smith das Ganze auch 3 zu 1 schon gewinnen kann, aber dann wieder mehrere Matchstarts liegen lässt. Am Schluss vergibt er insgesamt fünf Stück in einem hochklassigen siebten Satz. Im Sudden Death kriegt er noch einen, macht den nicht rein. Und dann ist Dirk natürlich in dem Moment eisekalt, 71 in zwei Darts, 14 Darts zum Matchgewinn. Aber die Entstehung, das war schon manchmal ordentlich holprig und ordentlich wild. Also im einen Moment die 180er und im anderen Moment haben beide Spieler aber auch genau das Gegenteil mal wieder angeboten. Ja, es ging ja echt stark los, ne? Smith checkt direkt 156, dann kontert Dirk mit der 136, ja. Also es ging echt stark los. Dann haben wir einen Stand von 2 zu 2 nach vier Sets. Das waren dann jeweils Break-Sets gegen die Darts. Satz 5 hast du gesagt. Da wollte keiner so wirklich haben, hätten beide sich holen können. Dann Smith der erste Matchstart auf dem Bullseye, den kann man sicherlich verpassen. Da würde ich jetzt auch keinem einen Vorwurf machen. Klar kann sowas mal reingehen wie bei Gaga, aber ist halt nicht so einfach, ne? Das Bullseye dann in so einer Situation zu erwischen, das kann man mal verpassen. Ich glaub, das bleibt auch nicht hängen. Was dann natürlich schon hängen bleibt, ne? Sind die drei Darts bei 40 Rest. Also die muss er eigentlich mitnehmen. Vor allem ist er ja auch ein Spieler, der jetzt nicht dafür bekannt ist, dass er so ganz viele Doppel verpasst. Er zeichnet sich so ein bisschen durchs Turnier. Was er natürlich gemacht hat, hier jetzt wieder, und er wird ja so eine richtige 180-Machine, muss man sagen. Äh, er hat hier 1880er geworfen, ne? Das ist natürlich, äh ... Also, dass das Klan wird auf 180er gegen Dirk, das hätte ich auch gedacht, ne? Aber dass er so in der Form, wir kommen gleich bei den Stats natürlich nochmal, ja, was das, um das einzuordnen, nochmal ganz genau dazu. Ist natürlich ne Nummer, aber es war auch viel Emotion mit dabei. Ich weiß nicht, wie du das gesehen hast oder wahrgenommen hast. Dirk sowieso hatten wir gestern auch mit Lucia besprochen. Da ist immer die Gefahr, dass er überdreht. Hier haben beide ordentlich gejubelt, haben sich ja auch in den Interviews vorher so ein bisschen gesagt, ja, der jubelt mir so viel oder so wie der jubelt, der hat eigentlich den WM-Titel gewonnen und so weiter und so fort. Aber warum gewinnst Dirk am Ende? Was glaubst du? Was hat den Unterschied gemacht? Ist es dann in so einem letzten Lektan auch wirklich, ja, ein bisschen auch Glück oder ist er schon in seiner Entwicklung weiter als Rosmuth? Tja, also er hat es in diesem Moment geschafft, den Hauch besser zu sein. Er war da, er war zur Stelle, er hat nicht die Darts liegen lassen. Ich denke, Hal Smith hätte das Ganze schon früher gewinnen können. Also ich habe es eben angesprochen, ich sage es vielleicht nochmal anders. Wenn Smith konsequenter seine Chancen nutzt, dann führt der 3-0 in Sets. Also das Unheil hat für den Ross Smith schon deutlich früher begonnen, in meinen Augen. Und so ein letztes Leck, ich würde jetzt nicht sagen, das ist Lotterie. Beide haben das gut gemacht. Beide haben nach 12 Darts letztlich ein vernünftiges Finish unter der, also ein vernünftiges Finish letztlich stehen gehabt. Und Ross kriegt nochmal einen Matchdart. Gut, macht den nicht. Und Dirk ist dann da, checkt die 71 natürlich extrem stark. Wäre natürlich nochmal spannend geworden, wenn der erste Dart auch vorbeigegangen wäre, wo dann der zweite hingeht. Also für ihn ist es dann, glaube ich, ideal gelaufen, dass sofort die Triple 13 kommt, er dann die zwei klaren Darts kriegt und sofort mit dem ersten dann auch checkt. Und ja, er ist vielleicht einen kleinen Schritt weiter, aber überzeugt mich bei dieser WM auch nicht auf ganzer Linie. Also ich sage mal so, wenn der so gegen Michael van Gerven spielt, morgen im Achtelfinale und die vielen Fehler macht und so lange braucht, wie er heute gebraucht hat, um eine gewisse Konstanz reinzukriegen, dann gewinnt er keinen Satz. Also es waren tatsächlich drei Darts, ne? Also Single 13, Single 18 und dann Doppel 20. Das war nicht in zwei Darts. Irgendwo war, wieso habe ich denn zwei Darts? Ich glaube, ungefähr weiß ich nicht, was du meinst. Er hat einmal, hat er das irgendwas im letzten Satz in zwei Darts gecheckt. Müsste ich jetzt auch nochmal genauer reingucken. 76 hat er auch mitgenommen, auch in drei Darts. 127 hat er auch gecheckt, aber der finale Dart war der letzte in Hand, also nur einen in Hand auf Doppel gehabt. Ja, was erzählt er denn hier? Ja, okay. Ja, es ist ein langer Tag mit sechs Spielen, wo man dann nachher auch nochmal manchmal denkt, ach, was war denn da eigentlich? Ich habe mir ein paar Dinge aufgeschrieben, ich habe mir nicht alles aufgeschrieben. Das macht natürlich die Theorie ein bisschen kaputt. Jein. Aber trotz allem ist natürlich der Switch oder die 71 in dieser Kombination, ich versuche es nochmal anders, ist natürlich alles nicht so weit voneinander weg. Die 13, die 18 und dann die Doppel 20. Also du arbeitest dich so von dem Punkt rechts halt langsam nach oben, bis du dann on the top letztlich der Scheibe angekommen bist und hast jetzt halt nicht wie die 80 einen Finish, wo du dann halt die Darts vielleicht auch mal blöd verteilen kannst, dass du dir die 20 blockierst oder sowas. Dazu, ganz passend, denke ich, der Fakt, dass Dirk alle seine drei Decider bei der WM bisher gewonnen hat. Keiner hat das bisher besser hinbekommen als er. Und er hat alle seine sieben Entscheidungssätze bei der WM gewonnen. Also sobald es in den letzten Satz geht, wenn Dirk von Daimwode mit, aber auch hier steht, gewinnt das der Niederländer auch. Vielleicht war es ja auch so ein Mini-Premier-League-Duell. I don't know. Ross Miff war immerhin der Europäische Darts-Champion geworden. Dirk, da fehlt ein großer Titel, aber er ist ja von seinem Auftreten, von seiner Machart, auch von seinem Selbstverständnis her auch ein Premier-League-Kandidat. Wenn er jetzt noch ein bisschen mehr bringen kann, ich denke, das wird es vonnöten sein. Da muss man ihn vielleicht auch in die Verlosung werfen, weil andere sich ja auch jetzt bei der WM schon ja auch selbst so ein bisschen rausgenommen haben. Ja, ein zweifacher Major-Finalist, Espinel, ist jetzt mit einem Fragezeichen versehen, weil er letzte 32 rausgegangen ist. Und Ross Smith, der zwar European Champion wird, ist in den letzten 32 rausgegangen. Bei Danny Noppert ist genau dieselbe Geschichte. Also es wird mindestens einer der Major-Gewinner dieses Jahr nicht in der Premier League sein. Und jetzt, finde ich, geht schon die Tendenz eher dazu, dass mit Smith und Noppert sogar zwei letztlich, also Ross Smith und Danny Noppert am Ende, zwei Major-Gewinner nicht in der Premier League sind. Was natürlich auch der Tatsache geschuldet ist, dass sie nur noch aus acht Spielern bestehen wird. Das ist korrekt. Machen wir dann jetzt, denke ich, einen Haken an dieses erste Spiel, was natürlich, ja, diesen Tag von Anfang an geprägt hat. Du hast es schon gesagt im Intro, in der Einführung, dass wir ja auch Spiele hatten, danach so ein bisschen zum Runterkommen. Und dazu gehörte, denke ich, auch die Partie zwischen Rob Cross und Mervyn King. Denn Rob Cross gewinnt hier ungefähr nicht mit 4 zu 1. Erneut ein guter Auftritt von Voltage. Der 99er-Average hat King ja eigentlich nie in die Partie kommen lassen. Er, ja, gewinnt die ersten, ich glaube, es müssten die ersten acht Lacks gewesen sein. Im neunten Deck gewinnt King mit einem 136er-Finish erst sein. Erstes gewinnt er noch einen Satz, aber im Grunde war es ja von Anfang bis Ende, ja, eine Einbahnstraße, oder? Ja, es war ein ordentliches Spiel von Cross, definitiv. Er hat dann danach auch sehr selbstbewusst gesagt, ich werde auf jeden Fall Weltmeister. Also auch er kann die große Keule. Man muss dazu sagen, ein paar Momente gab es, finde ich, schon, wo das Match in eine andere Richtung hätte gehen können. Klar, King lange Zeit mit keinem Dart auf die Doppel. Aber dann gewinnt er sein erstes Leck im dritten Satz und vergibt danach wichtige Chancen, um das 2 zu 2 zu machen. Also wenn es da in einen Decider gegangen wäre, wäre ich echt gespannt gewesen, wo das hingeht. Und dann gab es nochmal eine Situation im fünften Satz. Da stand es 1 zu 1, wo auch King nochmal Chancen hat und die aber nicht nutzen kann, wenn er da 2 zu 1 in Führung geht. Also es hätte nochmal in seine Richtung gehen können. Aber letztlich hat das Cross natürlich souverän zu Ende gespielt. King hat viel zu viel vermissen lassen. Und diese Chancen, die ich gerade beschrieben habe, um wieder ins Match zurückzukommen, dann halt auch nicht konsequent genutzt. Also mir gefällt Rob Cross wirklich gut, konzentriert. Da hat er mir gefühlt was vor bei der WM, wie weit es dann gehen wird. Das werden wir natürlich noch weiter beobachten müssen. Aber auch er ist sicherlich ein Spieler, den man aus der Premier League noch nicht ganz abschreiben kann. Das Thema verfolgt uns ja quasi seit Folge 1 oder Folge 0, kann man fast sagen. Hier aber auch bei Shortlag. Und da kommen wir immer wieder auf diese Thematik auch zurück. Man kann noch festhalten, mit so wenigen Leckverlusten hat Rob Cross nur 2018 bei der WM gegen Salgo Asada und 2019 gegen Christo Reyes gewonnen. Also kommt auch selten vor, dass er so wenige Lecks da abgibt bei der Weltmeisterschaft. Gut, ich denke auch hier ist erstmal alles zugesagt. Das war jetzt eine Partie, wie schon erwähnt, nicht ohne Highlights, ohne Highlights, aber ohne die ganz großen Spannungspunkte. Und da können wir, denke ich, dann übergehen zu Match Nummer 3 des Tages. Muss ich ehrlich sagen, hat mich positiv überrascht. Dave Chisseln gegen Steven Bunting qualitativ war das wirklich ein 1A-Niveau. Beide am Ende dreistellig im Average. Am Ende gewinnt Steven Bunting. Das ist sehr, sehr lustig, weil... Das ist lustig, aber... Ja, du hattest ihn ja schon mal vor ein paar Jahren rausgenommen und gesagt, der hat mit hier gar nichts zu tun bei der WM, mit nirgendwas. Und Lutz gestern auch hatte sich auch nochmal über Bunting, in Anführungsstrichen, ein bisschen beschwert, weil er meinte, dass Bunting bei der Pressekonferenz gesagt hätte, ja, er denkt, dass er Weltmeister wird, so nach dem Motto. Ja, und dass er jetzt die beste Version von sich selber ist, glaube ich, auch so. Schon wieder, mal wieder. Das war die letzte PK, glaube ich, die ich mitbekommen habe, als wir so am Zusammenpacken waren, kurz bevor wir dann den Alli Pelli in diesem Jahr dann zum letzten Mal verlassen haben. Ich muss natürlich auch immer wieder an diese Dinge denken, wenn ich auf dem Sofa sitze, Bunting spielt und er spielt gut. Dann muss ich natürlich auch an die Dinge denken, die ich schon über ihn gesagt habe. Heute war ich echt beeindruckt von ihm, weil, ja, nach einem tollen ersten Satz von Chizzy kommt er zurück. Und für mich hatte Bunting dann immer die Kontrolle. Er war derjenige, der vorgelegt hat. Er war derjenige, der 26 Mal die 140 geworfen hat und immer wieder den Druck auf Chizzy letztlich aufgebaut hat. Ganz, ganz wichtig, dann im sechsten Satz auch ein 79er Finish zum Break, was dann am Ende auch vielleicht siegbringend letztlich war. Gut, Chizzy hat eine Chance zum 3 zu 3. Shanghai auf Tops macht die nicht. Aber auch da ist Bunting dann zur Stelle und räumt das weg. Generell das Niveau, was die beiden da abgebrannt haben, so Mitte des Matches, wo sie sich dann noch mal im Average stellen, weil sie noch mal gesteigert haben. Dann waren sie nach dem, weiß ich gar nicht, dritten Satz bei 104, 105 und dann steigern sie sich noch mal. Dann war einer von beiden bei 108, der andere bei 106. Was die da an ein Triple- und zwei Triple-Visits ans Board gebracht haben, ganz, ganz wenige Lacks schlechter, in Anführungsstrichen, als 15 Darts gewesen. Also es war eine Freude, sich das anzuschauen. Respekt vor beiden. Natürlich passt es so ein bisschen ins Bild, dass dann Chizzy wieder derjenige ist. Der verliert. Ja, genau. Ja, und vor allen Dingen kam er auch echt gut gespielt, muss man sagen. Und was ich mir notiert habe, in den ersten beiden Sätzen hat Chizzy keine Aufnahme dabei gehabt, ohne da irgendwie ein großes Triple mit zu erwischen. Also man könnte über die Statistik Triple-Visits diskutieren, die macht halt auch nur dann wirklich Sinn, wenn man sie mal vernünftig führen würde und dann nicht irgendwie eine Triple-1 mit reinnimmt oder sonst was. Ja, aber man erstellt auch 2-2 und das Ding war alles wieder ausgewichtigt. Und Bunting war da wirklich auch da schon mega stark unterwegs. Du sprichst an, die 120, die fällt dann nicht und Bunting macht dann zu. Aber zur Wahrheit gehört auch, dass Chizzy im letzten Satz nur ein Average von 87 hat. Das ist natürlich auch dann wieder, ja, wenn es drauf ankam, hat er jetzt dann mal wieder nicht produziert. Ja, definitiv. Auch eine Geschichte, klar. Also ja, Respekt, dass Bunting sein Spiel genau in diesem Moment anheben konnte. War mit Sicherheit auch ein Spiel, wo beide voneinander profitiert haben. Wo sich beide auch an dem vielleicht ein bisschen hochgezogen haben, was der jeweils andere spielt. Es ist immer schwer, sich vorzustellen, dass Bunting das zwei-, drei-, viermal machen kann. Weil wenn er das tun würde, wäre er ein Contender für den WM-Titel. Aber, also ich glaube, er hat sich jetzt selber wieder Selbstvertrauen geholt. Und bin mal sehr gespannt, wenn wir dann nachher uns die Achtelfinals noch anschauen, auch das Match dann mit seiner Beteiligung. Weil ich bin echt versucht, auf ihn zu tippen. Ja, er kann ja definitiv Selbstvertrauen rausziehen, weil er auch erst mal seit dem Grand Slam 2017 ein Spiel gegen Chizzy gewinnt. Die Acht-Dwelle vor diesem Match hat er alle verloren. Also er hat eher auch so einen kleinen Angstgegner mit Dave Schlüssel bezwungen. Und er hat seinen persönlichen WM-Average-Rekord nur ganz, ganz knapp verpasst. Der lag, oder liegt immer noch bei 102,34 und er spielt ja 102,24. Also da hat kaum was gefehlt. Aber es ist dann höchster Average im TV in den letzten 13 Monaten. Das sollte den Bunting-Fans natürlich Mut machen. Ob es da noch einen Schritt weiter geht oder sogar noch mehr. Wir schauen natürlich am Ende der Folge, was die Achtelfinale noch für Partien für uns so bereithalten. Jut, jut. Dann machen wir mal weiter mit der Abend-Session. Und da hatten wir natürlich auch wieder drei Spiele. Und auch da ging es los mit einem Siebensatz-Spiel als Start-Indie-Session. Und zwar Luke Humphries gegen Vincent van der Voort. Auch da, bin ich ehrlich, habe ich nicht damit gerechnet, dass das sich so ziehen wird. Ich hatte endlicherweise Luke Humphries schon vorne gehabt und war mir eigentlich fast sicher, dass er nicht so produzieren wird wie gegen Florian Hempel. Dass er wirklich deutlich besser spielen wird, Kevin. Aber das hat er prinzipiell, vor allem am Anfang, ja auch getan. Ja, aber es war ein total komisches Match. Humphries macht das zwei Sätze sehr gut und man denkt so, dieses Spiel wird nur von einem Spieler bestimmt werden. Und das ist Humphries. Er entscheidet, ob es 4-0 oder 4-1 ausgeht. So habe ich gedacht. Und dann lässt Humphries ein bisschen nach. Van der Voort wird plötzlich stärker. Ich glaube, Humphries hat dann auch noch mal in einem Satz irgendwie Set-Darts gehabt. Und dann steht es plötzlich 2-2. Humphries geht wieder in Führung. Auch ein Satz, den er gar nicht gewinnen muss. Und dann denkt man wieder, ah, jetzt geht es wieder in die Richtung von Humphries. Und er gewinnt das 4-2. Und dann lässt er wieder nach. Van der Voort kann wieder zulegen. Ich glaube, nochmal einen schönen Zwölfter hat er. War da, glaube ich, auch dabei. Irgendein hohes Finish. 143 oder sowas hatte Vincent da, glaube ich, auch nochmal. Und dann steht es plötzlich 3-3. Aber dann passiert halt das, was, wenn man die Parallele zu Chizzy zieht, es gibt schon auch Gründe, warum Vincent van der Voort da steht, wo er steht. Und warum er nie weiter als irgendwie Top 25, gut, ich glaube, er stand auch mal Top 16, aber warum er seit Jahren irgendwie zwischen 25 und 35 irgendwie hin und her pendelt, weil er dann in den entscheidenden Momenten nicht mehr da ist. Und Respekt vor Humphries, der dann plötzlich fast 113 in dem Moment wieder spielt, im siebten Satz, wo man so denkt, okay, ich bin gerade Beifahrer in einem Auto, wo der Autofahrer irgendwie plötzlich dann doch wieder einen Knopf findet und plötzlich können wir nicht nur fahren, sondern auch fliegen. So hat sich dieser siebte Satz aus Sicht von Luke Humphries vielleicht angefühlt. Ja, er gewinnt ja den 14 Zoll, 14 Darts. Damit fährt man natürlich immer gut, wenn man im letzten Satz so eine Serie hinlegt. Am Ende ist der Average von van der Voort halt auch nur in Anführungszeichen bei 92,68. Gefühlt war das zwischendurch ein bisschen mehr. Ich fand die Stimmung mit diesem Spiel interessant. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob ich das richtig interpretiert habe. Also klar, van der Voort und sein Walk-On-Song, davon lebt er ja, das ist ganz klar. Aber bei Humphries kamen ja auch irgendwelche Bu-Rufe. Oder waren das Luke-Rufe? Ich kann das bei Humphries manchmal gar nicht so richtig, ähm, ist das die, äh, ne, auseinanderfriemeln. Ist das wirklich Bu oder Luke? Ich weiß nicht. Da müsste man vielleicht vor Ort sein, um das, ähm, genauer identifizieren zu können. Weil Humphries habe ich jetzt noch nie als jemanden wahrgenommen, der irgendwie ausgebucht wird oder so. Vor allem nicht vorheimlich im Publikum. Gut, Winnie ist halt beliebt, aber eigentlich auch nur, wenn wir ehrlich sind, für seinen Walk-On-Song. Ja. Aber, ja. Es gab, es gab ja heute Abend auch ein paar besonders Kreative, die dann Johnny Clayton bei seinen Matchstarts ausgebucht haben. Da möchte ich dann mir einen von den Pints nehmen und, äh, weiß ich nicht, ihn aus relativ hoher Höhe fallen lassen. Ich glaube, da wird nicht viel kaputt gehen. Ja. Tja. Mal schauen, aber... Ja. Ja, also, ich kann jetzt auch gar nicht einschätzen, also, mir fällt es schwer einzuschätzen. Ja. Genau, wo steht er? Wie müssen wir ihn jetzt einordnen? Also, gegen Hempel war das viel Gemurkse, aus seiner Sicht, muss man sagen. Flo hatte seine Chancen und, äh, ja, kann das Ding gewinnen? Vielleicht muss er es gewinnen? Ich weiß es nicht. Da ist Hempel durchgekommen und da dachte ich ja auf jeden Fall, okay, er ist durchgekommen und das eine Spiel, was man so hat im Turnier, was man so dreckig gewinnt, hat er jetzt hinter sich und nach den ersten beiden Sätzen dachte ich, ja, genau, genau, dieser Verlauf. Aber dann hat er ja abgebaut und, gut, er hat das jetzt gewonnen, weil er hinten raus stark war. Das wird nicht selbst gewonnen, nicht, dass der andere da irgendwie Matchstarts verpasst hat oder so weiter, aber ich kann ihn wirklich jetzt nicht in so einer Rangliste gerade, da sehe ich ein paar Spieler deutlich vor ihm. Bob Cross zum Beispiel, er hat mir jetzt mehr imponiert als Luke Humphreys. Das war deutlich souveräner von Cross, ja, also Humphreys hat da, hat da, ja, zwei gute Sätze gespielt, dann war er wieder vier Sätze irgendwie halbwegs weg vom Fenster und dann macht er wieder einen guten Satz. Also, ähm, ja, das, das waren schon auch Fragezeichen, die er sich da selber, äh, gegeben hat. Also, äh, es gibt und gab deutlich souveränere Auftritte und selbst diejenigen, die, 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 ähm, ähnlich knapp gewonnen haben, hatten zwischendurch nicht so eine Delle drin, wie, wie Luke jetzt. Aber das kann sich natürlich auch in der nächsten Runde schon, schon deutlich, äh, ja, wieder anders gestalten. Zumindest hatten wir mit diesem Spiel dann die dritte Runde abgeschlossen. Dann ging es natürlich nahtlos weiter mit den ersten beiden Achtelfinals. Ihr kennt das von den letzten Jahren. In dieser Session haben wir eine gleiche Distanz, aber verschiedene Runden. Wir befinden uns, äh, jetzt mittendrin im Achtelfinale. Oh, ich wollte einfach auf das nächste Spiel teasen. Entschuldigung. Oh, das Teasen? Mit einem Gähner? Ja. Boah. Also. Bist du fast eingeschlafen? Ja, es war, äh, ganz komisch. Also, noch komischer als das Spiel davor, weil einfach irgendwie man gedacht hat, okay, der eine will nicht, der andere kann nicht, äh, ja, Price auch ein, zwei gute Sätze gespielt und dann tritt er irgendwie auf die Bremse und D'Souza verkürzt und kriegt dann auch noch mal ein paar Möglichkeiten, die er aber nicht nutzt. Price, der nur einen von 15 auf Tops trifft, der aber dann auf die Doppelzehn das irgendwie dann regelt, aber on, off, so als hätte der Schalter irgendwie einen kleinen Klemmer gehabt ähm, und am Ende gewinnt er 4-1 und du weißt überhaupt nicht, was du damit anfangen sollst mit der Performance. Ne, also aus Kevin Price bin ich auch nicht schlau. Ich bin immer noch nicht schlau aus seinen Auftritten, auch gegen Barney war das ja so, dass er da auch nicht so viel zeigen musste. Da hatte man ja auch mit deutlich mehr Gegenwehr gerechnet. Von D'Souza kam jetzt hier in 91,92 Average. Auch das ist nichts, was ausreicht, bei solchen Distanzen, um Kevin Price zu schlagen. Durchschnittlicher Auftritt habe ich mir auch aufgeschrieben. Vor allem hat seine Doppel 20 überhaupt gar nicht funktioniert. Eine Doppelquote von 6,25% auf seinem Lieblingsdoppel, der Doppel 20, hat gar nicht geklappt. Doppelzehn hat ihn manchmal gerettet, klar. 7 von 14, glaube ich, oder so. Ja, und sein Timing war halt, war okay. Sein Timing hat es gemacht in diesem Spiel und es hat gereicht. Aber die Frage ist, wirklich, was ist, wenn Price wirklich gekitzelt wird? Ja. Reicht das dann noch aus? Aktuell macht er mir den Eindruck, das wäre nicht so. Aber vielleicht hat er noch ein, zwei Gänge in der Hinterhand, die er noch schalten kann. Ich denke im Moment fast nicht, aber er steht jetzt in der Runde der letzten Acht. Ich meine, so viel falsch hat er auch nicht gemacht. Also kann man jetzt auch nicht sagen. Das ist halt auch die Frage, wie sehr ihn mit Verlaub ein Clemens oder ein Suta kitzeln können über Best-of-Nine-Sets. Ja, da kommen wir gleich noch zu. Oh ja. Das ist definitiv. Lass uns über Spannenderes reden. Ich fand es schon noch interessant, nach Satz 4, der 15-Data, wo er dann echt nochmal ordentlich gejubelt hat, da habe ich nochmal seinen Urschrei da abgelassen. Sonst war das bei der WM bisher ja eher so ein bisschen zurückhaltender und ich dachte auch, der wäre ein bisschen fokussierter. Das Suta hat auch ein bisschen komischer guckt, aber auch das Suta, ich muss ganz ehrlich sagen, das überzeugt mich auch jetzt einfach wieder nicht und hat mich jetzt gut ein Comeback, das gestern, okay, das, klar, 0-3 drehen, da gehört viel dazu. Gehört aber auch ein Redner dazu, der das zulässt. Absolut, also ich finde... Was Sörl da gestern nicht mehr gespielt hat, aber du hast völlig recht, de Sousa, ich hätte beim zweiten Mal, wo er bei 268 auf der 20 statt auf der 19 anfängt und sich wieder 168 stellt, hätte ich gerne das Notebook in Richtung andere Raumseite geworfen, weil man so denkt, das kann nicht sein. Selbst wenn ich nicht rechnen kann, dann schreibe ich mir Vokabelkarten und lerne das auswendig. Ja, hier kommt was rein in den Chat, da geht's um das Thema der Fans, ja, ich finde eigentlich, dass die Fans, das hatten wir gestern mit Lutz ja eigentlich auch besprochen, dass das eigentlich ein faires Publikum bisher war, nehmen wir das jetzt nicht so negativ wahr, wie sieht's da denn bei dir aus? Hier kommen mit den Pfiffen in Checkdarts, ich glaube, die werden wir nie ganz loswerden wahrscheinlich und ich finde es eigentlich überraschend gut bisher. Ich habe auch ein, zwei Momente gehabt, ich bin gerade beim Überlegen, welche es waren. Ich meine, dass das entweder gestern Abend bei Martin war oder heute Nachmittag bei Bunting gegen Chizzy, wo ich auch ein, zwei ganz lang gezogene, schrille Pfiffe während eines Doppeldarts wahrgenommen habe und dann halt heute Abend im letzten Spiel, wo ich so denke, hey, es ist Josh Rock gegen Johnny Clayton, ein richtig geiles Spiel und ihr feiert hier eure eigene Party, ohne Deutsche wäre hier gar nichts los und so. Da kann man, also ich finde auch, dass es schlimmer war und ich finde auch, dass es vor Weihnachten schlimmer war, wo ich dann am liebsten, ich meine, man kann halt schlecht in einen Block reingehen, wo einem hunderte Leute gegenüberstehen und Scotland get bettered, also das hat mich genervt, wo ich so denke, boah, es ist völlig wurscht, woher jemand kommt, zumindest war das im Dartsport immer so und ihr braucht da jetzt nicht irgendwie ankommen, das hatten wir letztes Jahr, das hatten wir dieses Jahr, das finde ich, wird dann schon besser, wenn nach Weihnachten das internationalere Publikum letztlich irgendwie kommt und na, also das ist jetzt dann manchmal schon meckern auf hohem Niveau, auf der anderen Seite, da habe ich vorhin, ich habe es schon mal angesprochen, wenn man dann unbedingt meint, dass man dann plötzlich Johnny Clayton in die Matchstarts reinbuhen muss, da fehlt mir halt dann auch jedes Verständnis von Fairness, von Feingefühl, von irgendwas. Ja, das war auch so ein Punkt, da ging es wieder in so eine falsche Richtung, das hatte ich jetzt auch eigentlich, eigentlich hatte ich damit abgeschlossen mit diesem Thema, dass das jetzt wieder auch gekommen ist heute mit den Fans ein bisschen schade, weil mein Eindruck war, die letzten Tage wirklich sehr, sehr gut elektrisierend, lag natürlich auch in den Spielen, an spannenden Spielen, dann kochte Ali Pally auch und da habe ich das Gefühl, dass da manchmal auch dann eigentlich die Konzentration wirklich auf dem Spiel ist und nicht auf irgendwelche, wer spielt jetzt gegen wen, Geschichten. Heute war es ja auch zum Ende und dann kommen wir jetzt auf die Partie zu besprechen zwischen Johnny Clayton und Josh Rock, ja auch ein Spiel, was auch in den siebten Satz ging und was auch, ja, die Fans eigentlich mitgerissen hat. Am Ende gewinnt Johnny Clayton mit 4 zu 3, muss man sagen, Josh Rock ist ausgeschieden, viele hatten ihn da sehr, sehr weit getippt, jetzt ist dann beim WM-Debüt eben Achtelfinale Schluss, denke ich trotzdem, ein gutes Ergebnis, ordnen wir gleich nochmal genau ein, aber wie viel gehört heute dazu, dass Johnny Clayton das Spiel gewinnt, weil Nathan Espan hat es nicht geschafft, der war auch in einem engen Spiel verzwickt, warum hat es Johnny Clayton heute gewonnen oder hat es aus deiner Sicht vielleicht doch Josh Rock wegen seinen vielen verpassten Doppeln verloren? Ja, eine Mischung aus beidem, also Rock mit den verpassten Doppeln, mit diesem, ja, er war ja dann auch ein bisschen im Zwiegespräch mit Tops, dann immer wieder mal drauf gezeigt, hier, so muss es gehen, ähm, die Probleme sind nie abgerissen, das war etwas, was er in den Spielen davor nicht hatte und was mit Sicherheit dann irgendwann auch im Kopf war und Johnny Clayton hat das aber gut gemacht, er war halt dann auch da, wenn er da sein musste und hat, äh, eine gute Partie gemacht und hat sich so dann dieses Weiterkommen verdient, ich habe aber auch das Gefühl, dass es für Josh Rock eine verpasste Chance war, dass Johnny Clayton nicht unschlagbar war an diesem Abend. Ja, vor allen Dingen, er kam ja sehr, sehr gut rein, er gewinnt den ersten Satz 3 zu 0 und, äh, gefühlt war der zweite Satz ja schon so ein, genau, der zweite Satz ja schon so ein, so ein kleiner Rückschlag, weil eigentlich gefühlt, äh, macht er auch, macht er direkt weiter, verlieht ihn aber am Ende 3 zu 1, weil da geht's ja los mit den Doppeln und dann führt Clayton auf einmal 2 zu 1 in Sets, okay, Rock gewinnt dann den Decider zum 2 zu 2 und dann ist alles in der Reihe und dann geht das Spiel ja auch nach der zweiten, ja. Äh, äh, Rock war doch, äh, war Rock dann nicht 3 zu 2 vorne? Genau, er gewinnt zwei Sätze im Decider hintereinander, er gewinnt zweimal den Decider, genau, genau. und es gab diese, diese völlig strange Situation, ähm, bei 2-1 Espinel im Decider, wo es, wo Rock erst, ähm, patzt auf, auf die Doppel und du denkst so, okay, das wird jetzt das 3-1 für Clayton und dann steht er bei 79 Rels, trifft die Triple 19, 22 über, Doppel 11, trifft die Single 11 und ist dann so frustriert, dass er sich überwirft. Ja, ja. Und, äh, äh, das war so ein Moment, wo ich so dachte, boah, okay, äh, interessant, ähm, und, äh, Rock macht das dann und geht dann 3-2 in den Sets in Führung, das ist mir in Erinnerung geblieben, äh, und dann steht er im sechsten Satz auf dem Check und man denkt halt auch so, boah, richtig gute Chance, dass Rock das jetzt 4-2 gewinnt und da kommt Clayton zurück mit dieser 122. Ja. Triple 18, Triple 18, Doppel 7. Das war auch ein Key Moment und im siebten Satz funktionieren halt dann bei Josh, ähm, die Doppel nicht mehr, also gar nicht mehr und, äh, Clayton ist da, Clayton ist eiskalt, bestraft das alles und, äh, Rock hat nie aufgegeben, da erinnere ich mich, auch noch nah, nachdem er im zweiten Leg des siebten Satzes da doppel verpasst, beginnt er, glaube ich, das nächste Leg mit 140, 180 wieder, wo ich so denke, boah, krass, ich erinnere mich noch an Mensur gestern, als er da die, die, die Doppel verpasst in dem einen Leg, Doppel 6, Doppel 3 und in dem Leg danach nix mehr geht und Rock wirft halt 140, 180, ähm, schafft es auch in dem Leg halt nicht, sein, auf Bull hat er noch einen Dart gehabt, 121, gut, den kann man vergeben und dann ist, äh, Johnny Clayton eiskalt, 48 Rest, soweit ich noch weiß, äh, 16, Doppel 16 und tschüss. Ja, sein erstes Viertelfinale bei der WM, ne, letztes Jahr kam er ja, ist er angereist als einer der Top-Favoriten mit so einem krassen Jahr im Gepäck, dieses Jahr war es ein bisschen schwieriger und jetzt schafft er es dann aber eine Runde weiter als in den letzten Jahren, Respekt natürlich dafür, Josh Rock, aber denke ich nochmal kurz dazu, Kevin, im Achtelfinale beim Debüt, das ist, äh, definitiv nichts, wovon man sich schämen müsste, auch wenn hier mehr möglich war, klar, aber ist vielleicht von der Entwicklung auch ganz, ganz gut, ne, dass er jetzt vielleicht, ja, klar will man immer weit kommen und vielleicht auch das Ding von einem ersten Jahr gewinnen, aber vielleicht, äh, geht der Hype jetzt so ein bisschen auch wieder dann in normale Sphären und man kann sagen, okay, das ist ein Riesentalent, das sehen wir alle, aber es braucht dann trotzdem auch noch ein bisschen mehr Erfahrung und ein paar Spiele mehr gegen solche Top-Cracks da auf so einem Niveau. Ja, klar, also, ähm, ich glaube, er ist auch jemand, der dann die, die Lehren aus so einer Niederlage ziehen kann, der dann, ähm, die richtigen Schlüsse ziehen kann und, äh, ich sehe jetzt da noch nicht wie bei anderen großen Talenten so eine, äh, äh, Niederlagenserie im entscheidenden Moment zu versagen oder was weiß ich, aber heute war es das erste Mal, dass man gemerkt hat, okay, der spürt vielleicht auch Druck und da gibt es Dinge, die, die er noch lernen muss, aber klar, es gibt natürlich andere Beispiele, ne, bei einem Martin Schindler reden wir jetzt über, der geht in sein siebtes Profijahr und hat jetzt sechs Jahre gebraucht, um die Stabilität zu bekommen, ähm, die er jetzt hat, das ist kein Vorwurf an Martin, das ist normal und Roby John geht in sein zehntes Profijahr und ist jetzt vielleicht da, wo er sein will, Max Hopp, nach zehn Profijahren, da brauchen wir gar nicht drüber reden, wo der jetzt aktuell ist, schöne Grüße in den Alli Pelli, äh, aber auf die falsche Seite, also, das, äh, was Josh Rock in diesem einen Jahr geschafft hat, ist schon, äh, ja, aller, aller Ehren wert. Hier kommt noch aus dem Chat berechtigterweise der Hinweis und, äh, das haben wir noch gar nicht, wenn die 104, der 104er-Check, ähm, der, der war genial, Single 18, Doppel 18 Bull, genialer Weg, ganz genialer Weg, äh, hab ich eigentlich auch noch so, so auf der WM-Bühne, glaube ich, hab ich den Checkweg noch nicht gesehen, Clayton ist jetzt ja auch kein brillanter Rechner, ne, der ist ja auch schon mal, der auch schon mal ein paar Dinger da einstreut und, äh, dass er auf so einen Weg kommt, finde ich schon, weil er hat sich, hat er sich auch berechnet und hat dann schnell genug gemerkt, okay, ich hab nicht Tops Rest, sondern Bull. Das hätte ich ihm auch noch zugetraut, dass er auf die Doppel 20 geht oder so, statt Bull. Ich weiß es nicht, aber das bleibt man doch vorher nicht so, also, das, äh, wahrscheinlich nicht. fand ich schon, sehr skurril. Äh, es ist auf jeden Fall faszinierend gewesen, aber es hätte genug Leute gegeben, die entweder versucht hätten, die Triple 18 noch irgendwie zu kriegen oder die Triple 20 für Doppel 13 probiert hätten. Also, das sind Wege, die einem einfallen. Man könnte dann noch über die Triple 16 für Doppel 19 nachdenken. Das ist dann aber der unwahrscheinlichste Weg. Bull Doppel 18, mh, sehr riskant natürlich, ne, also, äh, also nicht unklug und natürlich spektakulär. Absolut, absolut und wir runden dann diesen Tag ab. Wie immer mit den Useful Stats presented by Darts Oracle und das wie immer Wackestell durch Philipp Wolf. Wir schauen noch mal auf die Highlights aus der Statistik-Ecke zu Tag Nummer, wo sind wir jetzt? Zwölf, genau. Nummer zwei. Trotz seiner Niederlage brachte Ross Smith gegen Dirk van Dijven wurde 1980er an das Board und stellte damit Gary Andersons Rekord für diese Turnierrunde ein. Sechs dieser 19 Maxima kamen alleine in den ersten fünf Lacks des letzten Satzes. Zusammenwarfen Smith und van Dijven wurde 31 180er, womit der Rekord an 180ern in der Runde der letzten 32 bei der WM um zwei Maxima gebrochen wurde. In der Runde der letzten 32 wurden 229 180er geworfen, damit wurde der Rekord für diese Turnierrunde um 23 180er übertroffen. Dieser Bestwert hängt auch damit zusammen, dass viele Spiele stark umkämpft waren. 397 Lacks wurden über die letzten drei Tage bestritten, so viele wie seit 16 Jahren nicht mehr. Nur zwei Partien endeten mit einem Whitewash in Sets. Das nochmal als Roundup zu Runde 3. Jetzt nochmal zwei Fakten zu den ersten beiden Achtelfinals. Letztes Jahr scheiterte Johnny Clayton noch im Achtelfinale der WM. Dieses Mal überstand Clayton diese Turnierrunde allerdings und ist damit der sechs verschiedenste Waliser, der bei der PDC-WM das Fielfinale erreicht. Mit Gavin Price und Johnny Clayton stehen zum ersten Mal zwei Waliser im Fielfinale der WM. Du willst die anderen noch zusammen kramen? Genau, aber ich bin mir nicht sicher. Ja, Burnett, Bates, Burnett, und dann Rees wahrscheinlich nicht, oder? Na, na, das Aha. Das ist ja was anderes. Aber, also Burnett bin ich mir sicher, Webster natürlich, und Bates war tatsächlich auch mal, glaube ich, in einem WM-Viertelfinale, und ja, und Price und Clayton, klar. Ähm, aber wer war denn dieser sechste Waliser? Äh, das weiß doch bestimmt jemand im Chat. Ja, also wenn das jemand im Chat weiß, sehr, sehr gerne. Ich trat noch den letzten, äh, ich vergesse einen offensichtlichen. Offensichtlichen. Äh, 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 ähm, oh, da kommt ein Punkt, Jamie Lewis, schreibt den. Oh, verdammt, in dem, in dem einen Jahr, wo er dann plötzlich aus der Quali, äh, ins Halbfinale kommt, und so weiter. Guter Punkt. Ich kann dich gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Stark. Echt stark. Gut, dann trotzdem noch der letzte Stat. Letztendlich machen die Doppelfelder den Unterschied zwischen Johnny Clayton und Josh. Rock, der Waliser, verpasste zwar im vierten und fünften Satz jeweils einen Satz da hat, verwandelte im Anschluss jedoch 54,55% seiner Doppelversuche. Die letzten sechs Lacks gingen Alan Clayton, obwohl Rock in vier dieser Lacks selbst Chancen hatte, um das Lack zu wenden. Hatten wir so ja auch schon herausgestellt, dass das ein entscheidender Faktor war in diesem Match. Gut, Kevin, dann kommen wir. Das ist doch schön, dass wir, äh, auch gar nicht so schlecht, äh, das hin und wieder machen, glaube ich. Das ist auch, äh, auf jeden Fall ein guter Punkt, Kevin. Wir kommen zu den bekannten Kategorien. Wir kommen zum Match of the Day zunächst mal und dann natürlich auch zum Player of the Day. Aber erst mal das Match of the Day. Ja, natürlich auch wieder hier abstimmen im Chat, wie ihr das gewohnt seid von den letzten Tagen. Was war euer Spiel des Tages? Was für Auswahl siehst du, Kevin, und wo würdest du dich, entscheiden? Ja, wir haben natürlich heute, finde ich, drei Kandidaten, ähm, finde ich jetzt. Also, natürlich die beiden Seven-Setter, ne, mit, äh, Van Delvenbode und, äh, Ross Smith. Und dann kann man natürlich auch noch, klar, man könnte auch noch auf, äh, Thunder Ford gegen, äh, Humphreys gehen. Oder man geht natürlich, äh, auf Rock gegen Clayton. Oder man geht, es hat zwar nur sechs Sätze gehabt, aber war, finde ich, auch ziemlich, äh, cremig, äh, Bunting gegen Chizzy. Also, ich finde, für mich mindestens drei Matches, die da zur Auswahl stehen. Ähm, ich werde es jetzt so machen und sagen, äh, das, was wahrscheinlich die meisten sagen, ähm, Rock gegen Clayton, Match of the Day. Hier im Chat, äh, 70 Prozent von deinem oder Ross Smith. Für mich auch, muss ich ehrlich sagen, ähm, so ein Sun-Death-Flag ist besonders, kommt halt nicht so oft vor. Und da war einfach nur ein 80er Feuerwerk auch. Und das, das ist immer eine coole Geschichte. Ähm, ja, deswegen, wer ich da war bei, der Mehrheit aus dem Chat hier, auch bei Van Daim, wo du gegen Ross Smith. Ich werde mich nicht der Mehrheit beugen. Das musst du auch gar nicht. Mal sehen, wie es aussieht beim Spieler des Tages. Player of the Day, auch hier gerne wieder abstimmen. Die Abstimmung kommt gleich wieder rein, oben über dem Chat. Äh, ja, wir hatten gestern, lustigerweise, hat Menzo gekürt, ne? Als, als Verlierer auch. Das, äh, ja, kommt ja nicht so oft vor, dass man einen, ähm, Verlierer diesen Titel hier mitgibt, Kevin. Das geht natürlich auch heute. Ja. Aber natürlich kannst du auch irgendeinen Gewinner wählen. Wer ist für dich der Spieler des Tages? Ja, wenn, dann als Verlierer Josh Rock, aber er hat mir heute so viele Fehler gemacht, aber nicht so einfach, definitiv. Ähm, ich würde, äh, auf Steven Bunting gehen. Mhm. Ja, kommt ja auch schon als Beitrag in den Chat, die Abstimmung läuft noch, ähm, ich hab sicherlich gute Argumente dafür, vor allem, wenn man sich die anderen Spiele anschaut, ähm, die kann man natürlich auch wählen, wenn du Sudden-Dev-Lag gewinnst, dann, äh, ist man natürlich auch immer ein starker Contender auf so einen Tagestitel, aber dafür fehlt mir auch so ein bisschen, bisschen Qualität noch bei ihm und Bunting, auch weil es so überraschend kam, ne? Also, wär ich, glaub ich, jetzt auch bei dir, muss ich ehrlich sagen, Steven Bunting weiß, weil ich das nicht hab kommen sehen, auch wenn es jetzt nur sechs Sätze war, aber die Qualität des Spiels gesamt war einfach stark, von ihm alleine auch, deswegen würde ich mich da anschließen und hier haben wir auch das Ergebnis jetzt aus dem Chat, auch da ist die Mehrheit bei Steven Bunting, da sind wir uns doch ein bisschen einig heute, das ist doch schön, zumindest beim Spieler des Tages. Jut, jut, dann, du hast es ja schon ein bisschen angesprochen, machen wir nochmal weiter mit dem, Freitag ist es dann ja, genau, es ist der letzte Tag, letzte Datag des Jahres, so muss man sagen, einen Tag danach ist ja, wie immer, Spielfreiheit der 31. Wir haben zwei Achtelfinal-Sessions vor uns und da wird es nochmal ordentlich spannend, es geht los am Nachmittag mit dem belgischen Duell zwischen Kim Heibrechts und Dimitri Vandenberg. Was sagen wir dazu? Also, ich bin da schon eher bei Dimi, muss ich sagen, weil Kim wurde halt auch zweimal irgendwie so ein Sieg geschenkt gefühlt, also der musste auch noch gar nichts zeigen und da weiß ich nicht, wie er unter Druck spielen wird und den wir da von Dimi ja wahrscheinlich deutlich mehr bekommen als von Grant Samson oder auch von Peter Wright. Ja, es ist also Kim solide Dimitri der Konstantere der beiden. Ich meine, das sind zwei Jungs, die sich lange kennen, bei denen man auch sagen kann, dass sie vielleicht befreundet sind, ziemlich sicher befreundet sind. Es ist natürlich die Frage, wem von beiden macht das mehr aus? Ich glaube, Kim ist derjenige, der mehr darüber nachdenkt, dass er nicht mehr die belgische Nummer 1 ist und der das morgen unbedingt richtig stellen will. Das kann ihm im Weg stehen. Ich denke, das wird ihm vielleicht auch im Weg stehen. Wenn alles normal läuft, setzt sich da Dimitri durch. Sehe ich auch so. Sehe ich auch so. Gut, dann das Spiel des Tages aus deutscher Sicht am Nachmittag. Ja, das hatte ich so ein bisschen gedacht, dass das auch in den Nachmittag gerutscht. Lutz war, hat es auch gar nicht überrascht. Wir hatten ja noch diskutiert vor zwei Tagen, wann wird dieses Spiel angesetzt. Ich glaube, hätte Peter Wright gewonnen, bin ich ehrlich, wäre dieses Spiel Wright-Fundenberg niemals am Nachmittag. Und niemals an 1 angesetzt worden. Da lege ich mich mal fest. Jetzt haben wir hier Gabriel Clemens gegen Alan Suter. Wir haben die Situation, dass Gaga gegen einen Ungesetzten in einem WM-Achtelfinale spielen wird. Und der Ungesetzte heißt aber, und da müssen wir wirklich ein Aber sagen, er heißt Alan Suter. Und der überzeugt bei dieser WM wirklich auf ganzer Linie. Aber Gabriel muss sich doch auch nicht verstecken. Nein, also Suter macht das gut, aber ist jetzt für mich auch nicht total unschlagbar gewesen bislang in diesem Turnierverlauf. Da waren viele tolle Momente dabei, aber da waren dann auch andere, also er ist extrem, er ist ein gefährlicher Gegner. Es ist ein Achtelfinale auf Augenhöhe. Es ist ein Spiel, das ja, über das Nuancen dann denke ich entscheiden können, entscheiden werden. Mich stimmt positiv, dass Gaga zwei gute Spiele hier schon gemacht hat, dass er die Erfahrung hat, in so einem WM-Achtelfinale zu stehen, dass er das alles irgendwie schon mal gemacht hat okay, es ist vor Zuschauern diesmal, beim letzten Mal war es nicht vor Zuschauern, aber ich sehe nicht den totalen Einbruch bei ihm und glaube wirklich, dass er das schaffen kann. Also ich würde mich trauen, auf ein 4 zu 3 für Gabriel Clemens zu gehen. Ja, ich muss auch ganz klar sagen, ich kann verstehen, wenn Leute das als 50-50 einschätzen und man sollte Alan Suter definitiv nicht unterschätzen. Das ist ganz, ganz wichtig. Wir dürfen jetzt hier nicht nur auf die Welt sein, das zu blicken, das durften wir auch schon mal gegen Jim Williams nicht. Und Alan Suter ist prinzipiell für mich noch mal ein besserer Spieler als Jim Williams. Der hat echt gut gespielt, auch aus meiner Sicht überraschend, sehr, sehr gut gespielt, vor allem die Doppelquote. Bei Suter muss man natürlich immer Angst haben bei hohen Finishes, das kann immer sein, dass er da welche mitnimmt, das ist so ein bisschen sein Ding, irgendwie auch in den letzten WM-Jahren so gewesen und ich glaube, Gaga braucht schon nochmal so eine 96, 97, die braucht er, die braucht er schon, aber die kann er auch. Er kann sich nicht erlauben, fünf, sechs, sieben Punkte abzubauen. Er kann, er wird ihn nicht mit unter 90 kriegen, das glaube ich nicht. Es wird vielleicht Phasen geben, wo beide Spieler mal ein bisschen Luft holen müssen. Haben wir in anderen Siebensatzspielen oder Spielen über eine ähnliche Distanz auch schon in den letzten Tagen gesehen, aber ein Grundniveau Mitte 90 von mindestens einem der beiden, wenn nicht sogar dann obere 90, glaube ich schon, dass es das geben wird. Aber auch für einen Suter ist es ja nicht so, dass der jeden Tag WM-Achtelfinale spielt. Also bin ich auch mal gespannt, wie das dann an seinem Nervenkostüm ziehen wird und man kann dann natürlich auch von Gaga nicht erwarten, dass er das, was er die letzten sechs, sieben Lecks in diesem Match gegen Williams gemacht hat, dass er es permanent macht. Ein Dad auf Doppel, Dankeschön, ein Dad auf Doppel, Dankeschön. Es wird auch für Gaga wieder Momente geben, wo mal einer daneben geht. Aber gerade dann wieder zurückzufinden, weiterzumachen, auch das Scoring, was mich bei dieser WM wirklich überzeugt im Vergleich zu vielen Monaten davor, das dann auch zu bringen, also die Mischung aus allem wieder zu haben. Ja, definitiv. Aber trotzdem, ich möchte es, werde ich betonen, das ist eine Riesenchance. Ich will auch keinen Druck aufbauen, das wird er alles sowieso einschätzen können. Er wird dich jetzt, glaube ich, eh nicht mehr hören. Nein, das bin ich mir ziemlich sicher. Soll er auch gar nicht. Soll er am besten auch gar nicht. Gibt bessere Sachen als Vorbereitung auf an WM-Halfnader, als den Podcast zu hören. Aus Spieler sich natürlich nur. Aus Zuschauer sich natürlich nicht, ganz klar. aber ja, wenn das gewinnt, mega geil, dann spielt er Philippe Finale als erster Deutscher und wenn nicht, dann ist es auch keine Schande. Und egal, ich glaube eher an so ein C-S Ding. Ich glaube, dass da viele Chancen präsentiert werden, auch für beide Seiten und derjenige, der die Nerven am Ende besser im Griff hat, glaube ich, macht es. Und das kann wirklich hier jeder sein. Aber ich, wenn mich jemand fragt und meine Tipps wissen möchte, ja, ich würde auch hier auf den German Giant tippen, bin ich ehrlich. Ja. Gut, dann haben wir noch ein weiteres Spiel und auch das verspricht er einiges in der Nachmittagssession. Auch das, ja, ich kann die anderen jetzt nur verstehen, weil Bunting und Humphreys ja auch jetzt heute gespielt haben, aber Michael Smith, Joe Cullen, im Nachmittag ist es schon sehr, sehr schick, muss man sagen. Da erwartet uns, glaube ich, auch ein ordentliches Tempo. Da erwarten uns viele und Achtiger. Ja. Aber wer erwartet uns da am Ende im Siegerinterview, ist die Frage. Ja, ich glaube, dass Smith sein Bullet jetzt gedutscht hat mit Martin Schindler, dass ihm das nochmal Auftrieb gibt und dass er das Spiel gewinnen wird, dass Cullen es ihm nicht leicht machen wird. Aber ich sehe es nicht in einem siebten Satz. Ich glaube, dass sich Smith hier in sechs ziemlich tollen Sätzen am Ende behauptet. Also ich finde Cullen bisher sehr überzeugend, muss ich ehrlich sagen. Hat mich überzeugt in seinen beiden Spielen. Michael Smith aber auch. Und am Ende glaube ich, dass Smith zu gut ist im Kopf aktuell. Dass er sowas jetzt, diese Chance gibt ja nicht her. Also diese, die gesamte Thematik, so wie Ärger drauf ist und wie andere Spieler drauf sind, ich glaube, der nutzt das aus. Ich glaube auch, aber ich glaube, das wird ein sehr unterhaltsames Spiel mit Potenzial auf Match of the Day. Ja. Ja, das sehe ich tatsächlich so. Also von den drei Spielen am Nachmittag, jetzt mal ohne deutsche Brille, würde ich mir das Spiel am ehesten angucken. Klar. Wallen. Du guckst natürlich alle drei an, aber ja. Gut, gehen wir rein in die Abendsession. Auch da haben wir ein Duell zweier Engländer. Rob Cross gegen Chris Dobie. Boah. Dobie finde ich schwierig zu greifen, weil das Ende des Matches auch echt komisch war. Irgendwie war jetzt nicht schlecht von ihm. Aber Cross hat mich bisher zu sehr überzeugt und den sehe ich da eigentlich auch am Ende triumphieren. Also ich fand das ziemlich stark von Dobie, wie er da immer wieder dann doch zur Stelle war und auch kein einfaches Match gegen Anderson, den er ja gut kennt. Ich habe so ein Gefühl in Richtung Dobie und würde und würde dem hier mal folgen, weil ich dem seine Entwicklung spannend finde und glaube, dass er reif ist und auch noch nicht sicher bin, ob bei Cross nicht dann wieder so ein Cross-Einbruch kommt, wie wir ihn doch schon ein paar Mal bei verschiedenen Turnieren gesehen haben. Ich wäre hier aber auch nicht überrascht, wenn das genau andersrum ausgeht. Das Spiel kann von 4 zu 3 für mich in beide Richtungen bis zu einem klaren Sieg für Cross kann das alles haben. Dann ein Duell wieder zwei Landsmänner, Michael van Gerven gegen Dirk van Daimboode. Ja. Ich weiß gar nicht, wie stehen die beiden zusammen? Also wie stehen die sich gegenüber? Van Gerven ist ein Alphatier, aber van Daimboode möchte auch gerne der Platz hier sein. Genau, der möchte das eigentlich auch sein. Ja, aber trotzdem hat van Gerven, nein, es wird ein cooles Spiel, aber ich glaube, es wird gar nicht immer so eng, weil van Gerven einfach dieses Level, wenn er das nochmal spielt gegen Mensur. Und es war ja auch nochmal, ich meine, ist nochmal auch deine Meinung vielleicht ganz kurz dazu gestern. Also van Gerven musste, glaube ich, auch wirklich so hart performen, weil sonst geht der raus gegen Mensur. Weil er muss, also wenn er nur 100 spielt gestern, dann fliegt er wahrscheinlich sogar raus. Also ob Mensur nicht dann irgendwann auch anfängt nachzudenken, Fragezeichen. Aber klar, das, was van Gerven gespielt hat, das war on point. Das war, wenn er musste, dann war er da. Und das war schon extrem stark. 107,66, das ist eine Ansage gewesen und das war auch nötig. Auch wenn ich noch nicht weiß, ob Mensur das hätte beenden können. Ich bezweifle halt, also ich habe ja auch bezweifelt, dass Mensur das spielt, ich habe ja gesagt, der müsste 10, 12 Punkte drauflegen im Average und genau das hat Mensur getan. Und Dirk müsste zumindest auch an die 100 rankommen. Aber ich glaube, Dirk wird mehr damit beschäftigt sein, diese Alpha Zoo Nummer, diese wir sind beide die Brüllaffen im Käfig und ich bin der Brüllaffe mit dem größeren Kopf und mit der größeren Schnauze und was weiß ich. Ich glaube, das wird bei Dirk eine deutlich größere Rolle spielen als bei Van Gerven, der vieles an sich abprallen lassen wird. Wenn Dirk in den ersten beiden Sätzen nicht da ist, dann wird er richtig von der Bühne gefickt, glaube ich. Schon alleine, weil er so ist, wie er ist. Hier kommt ein super Kommentar von Philipp rein, ich prognostiziere, dass morgen drei Engländer, ein Niederländer und ein Belger gewinnen werden. Da gehe ich mit, die Frage ist, was kommt denn dazu, ein Deutscher oder ein Schotter? Das ist ja die Frage des Tages, aber nee, ja, wir haben echt viele Länder-Duelle oder ja, Toelle zwischen zwei Landsmännern und das trifft auch auf das letzte Spiel des Abends zu, Luke Humphreys gegen Stephen Bunting, da haben wir dann wieder ein Engländer-Duell. Was mich ein bisschen stört, ist, dass das das letzte Dart-Match des Jahres ist. Hätte ich gerne ein anderes Spiel gesehen, aber okay, das hat anderen Gründen auch mit der Ansetzung und so weiter und ich will jetzt auch nicht meine vielleicht persönlichen Einschätzung. Ja, vielleicht mag ich Bunting nicht so gerne, vielleicht ist es, kommt es auch raus, ich weiß nicht, ich kann mit dem so nicht wirklich was anfangen, aber nach heute würde ich ja fast behaupten, dass der da gegen Luke Humphreys sich sehr gut was ausrechnen wird, vor allem wenn Humphreys wieder irgendwie so eine komische Phase anbietet wie gegen Vincent heute. Ja, also ich bin auch fast versucht zu sagen, ich muss da auf Bunting tippen, weil ich nicht weiß, ob Luke nach einem tollen Jahr, aber ob Luke dafür bereit ist und ich glaube Bunting ist es. Das wird dem heute nochmal was gegeben haben. Ob er nochmal 102 spielt, weiß ich nicht. Aber eine stabile 95 kann hier auch reichen. Ja, ich glaube an Luke, Luke, Luke oder Boo oder was ever, je nachdem wie man das dann als heute interpretieren wird, aber vielleicht überrascht das Match ja auch nochmal, vielleicht ist das auch nochmal so ein Siebensatz-Thriller zum Ende des Startjahres 2022. Dann werde ich das natürlich auch hier lobend erwähnen, ganz klar. Und der Bessere möge sowieso immer gewinnen, das ja sowieso. Gut, dann blicken wir zurück auf die Umfrage von gestern. Wir hatten gefragt, wer gewinnt das Match zwischen Johnny Clayton und Josh Rock? Da hatten 41% Johnny Clayton gesagt und 59% waren auf Josh Rock gegangen. Tja, ist anders ausgegangen. Ja, da lag ihr lieben da nicht richtig dieses Mal. Die letzten Tage muss man euch überloben, wart ihr immer auf dem richtigen Gefährt und ja, wir hatten dann die Abstimmung hier vorhin schon und das gilt jetzt auch für Spotify wieder für diese Folge. Wer gewinnt das Match zwischen Garpi Clemens und Alan Suta? Das ist die Frage zu dieser Folge. Wir werden das natürlich morgen hier nochmal ausführlich besprechen, machen nochmal so eine kleine Zusammenfassung von Runde 3 und dem Achtelfinale und blicken dann auch schon auf das Vierlinfinale voraus. Das bedeutet auch, dass wir für heute durch sind, Kevin. Ja, haben wir ja eine ordentliche Stunde zusammen verbracht. Das hat sich ja so ein bisschen eingebückt, so circa eine Stunde bei dieser WM. Ich denke, das ist eine Zahl, die kann man sich ganz gut anhören, auch nochmal als Heizmacher dann auch auf morgen und ja, dann hören wir uns wahrscheinlich erst im neuen Jahr wieder hier bei Shortlack, wenn ich das richtig habe. Ja, ich überlasse morgen das Feld dem Dinner for One des Shortlack Universums. Es gibt da drei Herren, die letztes Jahr schon den Jahresrückblick gemacht haben und dann, glaube ich, auch die Stunde pulverisiert haben. Das mag auch an The God Lutz Wöckner gelegen haben, aber der natürlich dann auch einen interessanten Gesprächspartner gehabt hat. Manch einer wird es vielleicht wissen, um wen es sich da dann morgen handelt. Die drei von der weiß ich nicht Darttankstelle, ich kann es nur empfehlen, selbst ich, der in den letzten Tagen zugegebenermaßen nicht jeden Podcast gehört hat, wird sich, glaube ich, das nochmal geben, der letzte Podcast des Jahres. Für mich war heute der letzte Podcast des Jahres. ich war ein, zwei Mal heute nicht auf der Höhe, das bitte ich zu entschuldigen, aber selbst mein Maschinchen kommt manchmal irgendwie mal bei so einem Darttag durcheinander und ich kann von meiner Seite vielleicht einfach mich auch mal bedanken für die Treue in diesem Jahr, sowohl bei Shortlag als auch glaube ich bei All-In, wo wir ja leider die Zusammenarbeit mit Sportradio Deutschland nicht weiterführen können, weil das Sportradio seinen Sendebetrieb morgen Abend einstellt, das ist sehr schade, aber ja, es war ein tolles Jahr mit ganz, ganz vielen verschiedenen Folgen, Podcast-Folgen, Podcast-Geschichten, wir haben viel gelacht und ja, kommt alle gut rüber, ich meine, in zwei Tagen denke ich, bin ich dann auch wieder dabei und aber möchte da nicht verabsäumen, mich quasi einmal zu verabschieden und zu sagen, war ein tolles Jahr und auf ein neues dann in 2023. Ja, das definitiv, Kevin, danke dir für die vielen spannenden gemeinsamen Folgen im Jahr 2022 und es werden definitiv mindestens genauso viele im nächsten Jahr dann auch wieder folgen hier bei ShortLagDMDart.de Podcast Presented bei Bulls, für heute war es das, morgen wie gesagt die letzte Folge des Jahres, Kevin ist schon ein bisschen angeteasert, ich werde den Namen noch nicht verraten, aber ja, ihr fleißigen Zuschauer, die schon länger dabei sind, werden vielleicht darauf kommen, wer es sein wird, aber deshalb natürlich trotzdem morgen gerne, gerne einschalten, wir machen nochmal so ein kleines Roundup von den letzten Runden, fassen das Jahr vielleicht auch so ein bisschen zusammen, kühren nochmal so ein, zwei Matches oder Spieler des Tages und dann freuen wir uns, wenn ihr nochmal mit dabei seid am letzten DART-Tag des Jahres, den solltet ihr natürlich genießen, schaut euch die Spiele an, feuert den Gaga an und dann hören wir uns hier morgen Abend Schrägstich Nacht dann wieder, in dem Sinne mach's gut, eine gute Nacht und bis morgen. Ciao.